FUBI. FUBI ist die Abkürzung für Fußball-Billard. Herausgeber und Hersteller ist der FUBI Spielvertrieb in Bodenfelde. Das Spielfeld ist schnell aufgebaut. Alles, was du brauchst, sind 10 Minuten und einen Hammer. Diese Metallpins wurden in die Außenlöcher geschlagen, 14 Mal insgesamt. Diese Kunststoffpins hier, die farbig sind, stellen die Spieler dar. Sie sind dünner und werden in die übrigen Löcher geschlagen. 26 Löcher gibt es hier noch. Diese Anstoffsfehlchen, die sind oben leicht dicker und unten dünner. Und deswegen empfiehlt es sich, wirklich die dünne Seite einzuschlagen. Wir haben die Spieler so angeordnet, wie auf dem Bild der Verpackung hier. Jetzt noch die weißen Verschlusskappen auf die Metallpins stecken und die Bande da rumspannen. Es kann beginnen. Jeder Spieler, es können immer zwei Spieler gegeneinander antreten, erhält einen Schläger, rot oder gelb. Damit wird immer abwechselnd die Kunststoffkugel gespielt. Jeder ist abwechselnd an der Reihe. Die Kugel muss ruhen. Erst dann darf sie gespielt werden. Der Anstoß erfolgt vom Mittelkreis aus. Nach einem Tor erhält der Gegner den Ball. Es gibt einen Mittelanstoß. Wenn der Ball das Spiel verlässt, also über die Bande geht, erhält der Gegner einen Elfmeter. Man kann sich auch selbst Regeln backen. Jeder Spieler hat immer zwei Schuss oder der Spieler setzt immer fort, wer nur seine Spieler anspielt. Probier es einfach aus und finde die Regeln für deine Freunde. Ich mach mir noch das, wer 2000%alt. So, meine Damen und Herren-Unterlegend. Ich mach mir das, werf Geld noch ein, werf Geld an. uss wiederhervir, mein chose, werfen. Vielen Dank.